Als Landessprecher von NEOS hier in Vorarlberg kann ich mit großer Freude und Begeisterung die Forderung nach einer Direktwahl der Landesschülervertreter und der Bundesschülervertreter unterstützen. Wir von NEOS fordern mehr direkte Demokratie auf vielen Ebenen. Wir hätten auch gerne direkt gewählte Abgeordnete zum Nationalrat und direkt gewählte Landtagsabgeordnete, direkt gewählte Gemeindevertreter und natürlich unterstützen wir die Forderung nach einer Direktwahl der Landesschülervertreter und der Bundesschülervertreter und wünschen allen, die sich dafür einsetzen, viel Erfolg und sind bereit, jederzeit hier mitzustreiten. Vielen Dank und viel Erfolg euch!